Wenn ihr weggefallen habt ihr Schnuppe grenzen, los! Sag mal, wann passt mehr. Dabei wird naturgemäß der Bart... Wir sind hier schließlich nichts, in Ägypten ohne Sohn scheint auch Ernährungspyramiden und seit Fitnessstudio für die Dose! Schnupferksaare, das machen wir hier, die Schnupferksaare Challenge! Jetzt sehen wir uns die Gletscherprise. Die Gletscherprise ist gut und ja... Was soll ich sagen? Oh Schei... Fuck... Oh ne... Alter, ne... Ok, ich glaube, ich verkack richtig... Scheiße... Warte... Das ist ja normal... Das ist ja normal allein, Alter... Prost... Auf die Hand! Nee... Jaja... Ok doch... Alter, bist du so im Arsch... Das hat ja jetzt schon... Warte... Digger... Aber es ist doch genug oben, Alter... Gewehr... Warte... Boah... Ja... Boah... Das ist ein guter Trick! Es soll doch ein bisschen so aussehen werden... Aber es ist aber ein Arje-Partner... Das ist ja nicht so aussehen... Das war's.